Zart am Limit mit Laura Karasek. Ein Podcast ohne freies Loslabern, dafür aber mit Fragen aus der Redaktion direkt auf den Tisch. Heute die Corona-Quarantäne-Ausgabe. Also jeder im Jogger, ungeduscht, ungeschminkt und unfrisiert aus seinem Homeoffice. Und aus gefühltem Anlass sprechen wir heute über der, die, das Böse. Zu Gast ist die Podcasterin und Producerin von Jerks, der bösesten Serie überhaupt. Dr. Elena Gruschka und der Schauspieler Jeff Wilbusch. Den haben sie ja gerade als Bösewicht Meusche in der Serie Unorthodox gesehen. Beide Gäste kennen sich also aus mit der dunklen Seele der Menschheit. Und die Böse Laura Karasek kennen sie ja schon. Ich freue mich sehr. Ich sitze hier mit Elena und Jeff und wir wollen heute aus gegebenen Anlass über das Böse sprechen, weil ihr beide ja euch ein bisschen mit dem Bösen auskennt. Was sind denn eure schlechtesten Charaktereigenschaften? Ich schreie gerne rum. Also so, ich schreie Leute an. Einfach so. Vor allem, wenn ich was bin. Ja, das ist bei mir auch oft ein Zeichen von Energie, dass ich halt einfach lebe. Das mache ich dann oft durch Schreien. Drücke ich mich dann aus. Das verstehe ich gut. Ich habe auch so eine Grundaggressivität leider. Das ist gut, das hält dann am Laufen. Ja, weiß ich gar nicht, weil wenn man so impulsiv ist, manchmal, mir tut es danach dann auch leid. Bereust du es danach oder fühlst du dich nicht scheiße? Manchmal bereue ich es tatsächlich. Aber ich versuche, also wenn ich ganz gemein zu Schwächeren bin, dann bereue ich schon sehr. Das ist fies. Zu Schwächeren. Wenn du so Dreijährige einfach an... Ja, oder dümmere Menschen einfach fertig machst und so. Das ist einfach nicht nett. Jeff, was hast du so für schlechte Eigenschaften? Genau so. Und dazu noch auch ungeduldig. Also wütend und ungeduldig. Lübend ist auch geil. Zornig finde ich auch ein schönes Wort. Zornig. Nein, ich bin so cholerisch. Ja, ja, mega. Und dann auch auf die Menschen, die ich am meisten dann liebe, aber auch Fremde. Also ich, manchmal bin ich auch so hart und dann tut es mir auch sehr leid. Es ist auch so eine schlimme Kombination, weil ich bin so ein Arsch und dann habe ich so ein Riesengewissen so irgendwie. Und dann ist es so, die Kombination ist fatal. Dann denke ich einen ganzen Tag darüber nach, dass ich nicht nett war irgendwie. Und wie sollte man dir begegnen, wenn du jemanden anschreist, wenn du so einen cholerischen Anfall hast? Was muss dein Gegenüber machen? Ich weiß nicht, ob ich jemanden anschreie. Ich bin halt so hart. Ich bin halt so hart. Zum Beispiel. Aber wirst du dann ausfallen und kennst du auch so die Achillesferse? Also sagst du dann genau das? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich weiß mal, was mein Trigger ist, ist, dass wenn man, wenn man denkt, dass ich dumm bin oder so. Wenn man, wenn ich das Gefühl habe, der Gegenüber denkt, ich habe es nicht verstanden oder ich bin dumm oder er ist ungerecht mit mir. Aber vor allem, wenn man denkt, dass ich dumm bin, das und das meinen die Menschen so. Ich weiß noch, ich war im Café. Dann war, habe ich zwei Cappuccini gefragt. Auch so eine Cappuccini, weil das nicht Cappuccino, sondern Cappuccini. Cappuccinos, Cappuccino. Genau. Und dann hat sie gesagt, was? Und dann habe ich gesagt, Cappuccini, das ist eine Mehrzahl. Das war ich so. Und das ist natürlich unbegründet. Dann hast du dir den Kopf auf den Tisch geschlagen. Nein, nein, ich werde nicht gewalttätig. Aber ich werde so, ich werde, ich meine Freundin guckt mich an und denkt, man merkt einfach, ich in zwei Sätze und wie ich es sage, so. Verachtung. Ich will mehr zwei Cappuccinos, okay. Und das, ich merke, wie sie ganz, wie ich sie gerade fertig gemacht habe. Und das ist natürlich nicht cool. Ne, das verstehe ich. Ich kenne das aber total. Ich bin genau wie du, Jeff. Ich bin total impulsiv und auch echt cholerisch und so ein bisschen jähzornig. Habe aber gleichzeitig so ein sensibles oder ich liege dann wirklich nachts wach und mache mir Gedanken und formuliere schon so SMS vor, weil ich mich entschuldigen will, weil ich mich danach so schuldig fühle. Weil nach so einem Ausbruch, das ist ja wie so eine, eigentlich wie so eine Fressattacke oder wie so ein, das ist wie so ein Amoklauf. Das ist ein Kontrollverlust. Ja, danach geniert man sich. Ja, man geniert sich so ein bisschen. Total, total, total. Aber entschuldigt ihr euch dann auch beide? Also ich, also im Moment ist das, also bei mir ist das im Moment, ich habe mich schon entschuldigt, auf jeden Fall, das ist passiert. Aber manchmal, wie, also das ist erstmal alles sehr hektisch. Kannst du nicht wieder in das Café gehen und sagen, gestern... Ja, es war irgendwo im Bahnhof oder ich weiß nicht was, aber ich war, aber es ist wirklich bei mir so ein Trigger, wenn ich denke, obwohl die Menschen das nicht meinen, dass ich dann, dass sie böse zu mir sind. Dann muss ich dann irgendwie eins draufhauen. Ich war im Zug und dann irgendwie, es war mein Platz und dann kam jemand und hat gesagt so, und ich habe gesagt, das ist dann mein Platz und dann hat er mir irgendwas gesagt so, ja, aber du willst jetzt bestimmt mir auch die Karte zeigen, dass das dein Platz ist und das war so, ich war so beleidigt, dass er mir dann nicht vertraut. Aber das heißt, es ist bei dir eher ein Verteidigungsmodus und kein anderes... Ich glaube, ich glaube, ich glaube, obwohl ich... Ich finde dich gar nicht so böse, ehrlich gesagt. Ja, aber dann werde ich, aber oft, vielleicht in diesem Fall, weil das könnte er netter sein, aber oft wie diese Frau im Café oder das ist, glaube ich, überhaupt nicht gemeint von Menschen. Ich glaube, dass sie das so meinen und ich bin in meine... Du bist in irgendeiner Art von Kampfmodus. Total. Ist das auch vielleicht eine Form von Narzissm, also dass man Dinge so zu persönlich nimmt? Das ist, glaube ich, Narzissm. Es ist, glaube ich, auch eine große Unsicherheit. Ich finde das deswegen ehrlich gesagt jetzt gar nicht so böse. Ich finde es, also was bei mir, was mich so triggert, ist, wenn Leute dumm sind, also andersrum. Also wenn jemand, wo ich denke, bist du dumm oder zu langsam oder so und man dann jemanden... Deswegen vorhin meinte ich dieses, wenn man Schwächere dann fertig macht und das tut mir leid, weil manchmal denke ich immer, Gott, bist du behindert oder was? Also wenn man wirklich so sauer wird, weil jemand einfach nicht schnell genug hat, das ist fies. Ja, das ist vor allem ungnädig, weißt du? Also wenn ich mir mich angucke mit Technik, dann bin ich sowas von unbeholfen und dann denke ich so, ja, dann sei doch nicht so... Du hast ja auch, also jeder kann ja was anderes gut und dass man so ungenädig ist, weil man selber halt irgendwas schnell rafft oder so und dann denkt, jetzt scheißt man den zusammen, weil er es nicht kapiert. Ja, aber finde ich auch... Aber das ist so menschlich. Ja, super menschlich. Man denkt natürlich auch selber, man kann alles besser, natürlich. Weiß ich gar nicht. Ja, denkst du, du kannst alles besser? Ja, auf jeden Fall. Ehrlich? Es ist leicht zu überprüfen, dass es überhaupt nicht stimmt, aber in dem Moment denke ich das auf jeden Fall. Ich dachte, du sagst jetzt, es ist leicht zu überprüfen, dass das dir mit der Wahrheit entspricht. Bei vielen Sachen, ja. Also ist Hochmut ja eigentlich auch eine schlechte Eigenschaft, oder? Seid ihr arrogant oder hochmütig? Also in meinem Abi-Jahrbuch steht die arroganteste Person der Schule, das bin tatsächlich ich damals gewesen. Das ist aber auch mein Resting-Phase einfach. Ich habe ein arrogantes Resting-Phase. Aber ich bin, glaube ich, nicht mehr... Nee, aber da arbeite ich tatsächlich auch lange dran. Ich finde das... Vor allem, man weiß genau, es ist richtig. Hochmut kommt vor dem Fall. Kann man einfach so oft anwenden und auch an sich selber konnte man das schon anwenden. Das heißt, ich bin eher demütig als hochmütig, so grundsätzlich im Leben. Ja, aber ich finde, das muss man erst lernen durch so Niederlagen oder so. Also Demut ist mit mir erst mit dem fortschreitenden Alter eingetreten. Ja, klar. Ja. Resting-Phase. Voll, aber das ist doch eigentlich ein Kompliment. Hättest du lieber, dass jemand sagt, du hast voll so das Hamster-Gesicht, das Glückliche. Das fände ich schon schön. Du siehst immer aus wie ein glückliches Pony. Das fände ich so gut. Aber hast du das Gefühl, so eine Diskrepanz zwischen, was du gerade so innerlich fühlst und was da, was dein Resting-Phase, ich finde das den Begriff so schön. Ja, natürlich nicht. Also ich sehe schon angespannt aus, wenn ich angespannt bin. Aber es ist auf jeden Fall eine Diskrepanz. Manchmal bei so einer Härte, was du ja auch sagst, so eine Härte ist jetzt was sehr, sehr männliches. Und mir werden auch mal sehr, sehr viele männliche Attribute so zugeordnet. Und da denke ich manchmal so, das finde ich scheiße. Weil ich fühle mich total weiblich. Und das ist dann, wo ich manchmal denke, ach, diese Härte und das, das hätte ich gerne ein bisschen weicher. Ich würde gerne ein bisschen weicher sein. Du wärst gerne etwas sinnlicher. Ja. Ich könnte ein bisschen höher reden. Du bist so sinnlich. Ja, genau. Ich wurde früher am Telefon immer für meinen Vater. Ja, du hast auch eine krasse Stimme auf jeden Fall. Du hast auch eine Boss-Bitch-Stimme auf jeden Fall. Ich sehe immer so, Herr Karasek, nein. Ah, der Sohn, nein, die Tochter. Hallo. Ich habe mal Synchronen gemacht in Berlin. Einmal, ich wollte ja unbedingt Synchronsprecherin werden. Ich warte ja jetzt noch auf das Angebot einer Pixar. Ich möchte mal so einen singenden Schwamm oder sowas synchronisieren. Und als ich Synchronen in Berlin gemacht habe. Oder hat man die George Clooney gegeben? Nee, und ich war, ich musste nach Babelsberg fahren. Und ich habe einen Film mit Gerard de Pazil synchronisiert. Und ich war eine Nutte, die im Knast sitzt. Natürlich. Das war meine Rolle. Natürlich. Auch mit Bild würde ich dir diese Rolle geben. Nicht nur mit Ton. Du bist so nett. Du bist zu gut zu mir. Wärt ihr lieber Gutmensch oder lieber Bösmensch? Also Gutmensch ist ja tatsächlich ein Schimpfwort heutzutage. Also Gutmensch, das ist ja was, was auch so über die Medien ist. Das sind halt so Menschen, die auch oft Klugscheißer sind und andere so denunzieren und immer alles richtig machen. Das natürlich nicht. Aber natürlich möchte man schon grundsätzlich ein guter Mensch sein eher als ein schlechter Mensch. Ich glaube, ich habe genug Böse in mir. Auf jeden Fall ist der Verlangen oder der Wunsch, gut zu sein. Ja, aber was ist denn das Böse? Also was ist denn das Böse? Weil so Böse ist ja zum Beispiel, dass man zum Beispiel missgünstig, kleinlich, gemein, also was wären denn deine Bösen? Alles, 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 klar, man hat das in einem, man hat das in einem, man hat das alles in einem, klar. Also alles, was du gerade überspringen machst. Missgunst auch? Ja, naja, ich, ja, es kommt hoch, ja klar, klar, ich merke, man hat, warum hat er das, warum habe ich das nicht? Das sind alle Gedanken, die man, die man hat. Aber es ist eine Entscheidung, ich merke auch, ich entscheide, ich entscheide. Aber es ist eine schöne Entscheidung, wenn man das dann durchgeholt hat. Ich entscheide mich, immer wenn es hochkommt, dann entscheide ich mich, weil es gibt manchmal schon unfaire Sachen. Also du merkst, du kannst es besser oder du hast es dann, man merkt wirklich, also jetzt basiert auf Sachen jetzt nicht irgendwie, warum habe ich das, ja, sondern wirklich, dass man denkt, ich weiß, dass ich das, und schon irgendwie zu denken, nein, ich mache, jeder macht seinen Weg, jeder hat sein Päckchen. Aber ist zum Beispiel Missgunst auch so etwas, hat das auch viel mit deinem Beruflichen zu tun? Also glaubst du, das ist auch sehr geprägt durch die, also dass man als Schauspieler auch viel Konkurrenz hat? Ja, klar, also klar, der Beruf ist natürlich auch so, man muss sich dann auch behaupten, es ist immer ein, der ganze Beruf ist ein langes Casting von sich dann beweisen, ich kann das, ich bin besser dann dafür. Ja, und das ist das dann, das Brot und Wasser, ne? Also das, äh... Aber findet ihr nicht auch, es gibt einen Unterschied zwischen Neid und Missgunst, weil ich bin, ich kenne schon das Gefühl des Neides, aber ich bin gar nicht so oft so Missgunst. Also ich denke da nicht, oh, wer hat das nicht verdient, sondern ich denke eher so, geil, das hätte ich auch gerne, also so ein brennendes, das ist ja mehr so ein Neid, so ein, oh... Aber ich glaube tatsächlich, dass bei, bei Jeff jetzt, bei, bei deinem Beruf, es ist natürlich auch oft sehr ungerecht, weil man weiß nicht genau, warum Leute Rollen bekommen, man weiß, dass man besser wäre, es ist so, du bist vollkommen machtlos. Es ist oft ungerecht, genau. Dass ich das sehr, sehr gut verstehen, dass man da einfach so... Voll, und als Künstler ist es ja auch nicht so messbar, also ich, ich war ja früher Rechtsanwältin und da konntest du zumindest so sagen, ja, meins ist besser, ich hab die bessere Note oder ich hab das, ich hab das, ich hab das, das ist so ein bisschen mehr wie Mathematik, aber in der Kunst. Es ist natürlich so, dass man denkt, ähm, als Schriftstellerin auch, okay, mein Buch ist eigentlich voll gut, aber warum verkauft sich der Schrott jetzt so geil, ne, und da, 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 da ist es nicht so, da ist es so wahnsinnig subjektiv und emotional und dadurch ist man, sitzt man manchmal so unverständlich davor und denkt so, wieso hat der jetzt so einen Erfolg, also, das ist ja so ein Rätsel dann irgendwie. Ich merke aber einfach, dass, wenn man über das Böse oder in uns redet, ich merke, dass das, das ist in mir und das, das hält sich im Rahmen und das ist auch eine Entscheidung, das zu klein zu halten, aber es ist da, es ist definitiv da. Es ist ja auch spannend, ich finde, man ist doch auch ganz froh, dass man nicht so glatt ist und ich, 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 es gibt auch bestimmte Abgründe an mir, die ich total liebe, also da weiß ich sogar, dass die... Welche denn, Laura, sag doch mal, hm, welche sind denn das, wie sind die da unter uns? Sag, du bist der Gast, Elena. Man interessiert mich das einfach mal. Kennst du denn Neid und Missgunst, Elena? Irgendwie nicht so wirklich, also kannte ich, klar kenne ich das, aber ich habe irgendwie auch ein Gefühl, dass man, je älter man wird und je spezieller auch das ist, was man so selber macht und das so auf einen zugeschnitten ist und man seine Karriere oder sein Leben auch so gestaltet, dass es auch wirklich so zu einem passt. Ähm, nee, nicht so wirklich. Weil... Ich finde aber auch, was Jeff gesagt hat, dieses, man kennt das Gefühl und es kommt hoch und ich muss mich dann immer zwingen, mich daran sozusagen zu erinnern, was ich alles Schönes habe. Also ich sage mir dann, guck mal, aber das ist bei dir cool oder das ist so schön und du bist eigentlich ein glücklicher Mensch und ich finde, es ist immer nur dann besonders schwer, sich so zu... Es gibt, glaube ich, so einen Satz von La Rochefoucauld oder so nach dem Motto, du kannst dich halt... Es ist total leicht, mit einem Freund zu trauern, aber es ist viel schwieriger, sich für einen Freund zu freuen. Und ich glaube, wenn man selber zum Beispiel gerade Liebeskummer hat oder man hat einen beruflichen Misserfolg und dann kommt irgendwie die beste Freundin oder Freundin und sagt, ich bin so glücklich verliebt und knutsch vor deinen Augen und sagt, bei mir läuft alles gerade so geil im Beruf. Dann ist es, wenn es einem selber gerade echt nicht geil geht, finde ich, dann muss man sich sehr zusammenreißen, dass man halt nicht Neid oder Missgunst empfindet oder es hat doch immer auch was mit der eigenen aktuellen Lage zu tun. Ja, oder beziehungsweise natürlich, wenn jemand, das kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man manche Menschen lieber mag, wenn es ihnen schlecht geht, weil sie dann auch vielleicht weicher sind und bedürftiger und man vielleicht dann auch von diesen Menschen mehr gebraucht wird. Das habe ich auf jeden Fall, also auch so bei Ex-Freunden, wo es mir tatsächlich lieber war, dass es denen nicht so gut geht. Einfach, weil ich dann gemerkt habe, jetzt braucht er mich wieder und jetzt kann ich ihn in den Arm nehmen und ich bin jetzt voll wichtig und wenn es ihm gut ging, dann war ich immer so ein bisschen abgeschrieben. Das stimmt schon. Ob das jetzt total... Bösartig ist? Aber ist es dann ein Kompliment? Ich frage mich immer, ist es ein Kompliment sozusagen, wenn jemand dich nur braucht, wenn es ihm schlecht geht? Also weißt du, man kann sich ja dann auch umgekehrt fragen, so wenn irgendwelche Ex-Leute sich wieder melden, denkt man so, okay, hat der jetzt Sehnsucht und ist es so das krasseste Kompliment nach dem Motto, er ist immer noch nicht über mich hinweg? Oder ist er so desperate und verzweifelt, dass er selbst mir nachts um drei schon schreibt? Ja, auf jeden Fall ja. Zweite Antwort. Es kann ja beides sein. Mit welchem Bösewicht würdet ihr im echten Leben für einen Tag tauschen wollen? Ich würde tatsächlich gerne mit Donald Trump einen Tag tauschen. Das fände ich wahnsinnig interessant. Ich glaube, der ist... Das muss so einen Spaß machen, einfach den ganzen Tag einfach zu behaupten, zurückzunehmen, einfach zu sagen, was man will. Nichts hat eine Konsequenz. Nein, das habe ich gar nicht so gesagt. Und dann was anderes sagen. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass der 15.000 Lügen pro Woche verbreitet. Oder irgendwie sowas. 15.000 öffentliche Aussagen. Im Ernst? Oder im Monat oder irgendwie sowas. Das ist doch herrlich. Aber wusstet ihr, dass der Mensch... Ich habe irgendwann mal auch so eine Statistik gelesen, jeder Mensch lügt am Tag, glaube ich, zwischen 80 und 200 Mal. Ja. Klar. Ist euch das bewusst? Also wisst ihr, könnt ihr gut lügen? Ja. Ich weiß noch, als ich ein Kind war, habe ich wahnsinnig gut gelogen. Habe ich gut gelogen. Aber seit ich Schauspieler bin, lüge ich weniger. Das ist krass. Irgendwie, ich merke, ich habe sogar ein Bedürfnis nach genauen Fakten und Wahrheit. Weil sonst kenne ich mich selbst nicht mehr. Ich habe das Gefühl wirklich, ich fast penibel will ich die Wahrheit dann sagen oder kann wirklich nicht gut Schauspielern dann so... Also im Sinne von kein Bullshit. Absurd. Ich kann das nicht, weil ich habe das Gefühl, ich lebe im Theater oder im Film oder immer dieses andere, anderes Leben, dann mit meinem Umgebung, ich kann keine Lügen aushalten. Du willst real sein. Aber wirklich, ich meine also... Nein, weißt du, wie es bei Jeff ist? Jeff denkt sich so, ey, ich lüge nur, wenn ich dafür bezahlt werde, Baby. Nein, nein, aber... Ohne Gage mache ich hier gar nichts. Ja, also für mich... Das ist ja dein Job. Für mich, nein, weil man denkt so, ah, du bist Schauspieler, dann kannst du bestimmt gut lügen. So, ne, ich habe auch vielleicht diesen Satz mal sogar gesagt, so, zu jemandem. Vielleicht stimmt das und ich weiß jetzt im Nachhinein als Kind, weiß ich, dass ich so gut lügen konnte. Das hat mich auch vielleicht auch geholfen in vielen Sachen. Aber Schauspieler ist doch eher behaupten als lügen, oder? Genau, genau, genau. Ich sehe das auch nicht als lügen. Ich sage, was wenn, ne, was wenn, also behaupten, was wenn, das wäre so und so. Aber ich glaube, es gibt ja so verschiedene Arten von Lügen und ich lüge tatsächlich sehr, sehr viel im Sozialen. Ich sage mal so ein Beispiel. Wenn jetzt jemand mir ein Essen kocht und sagt, ich habe den besten Weißwein dazu gekauft. Ich weiß, du liebst diesen Weißwein. Und ich liebe diesen Weißwein vielleicht gar nicht. Ich weiß, derjenige hat aber den extra für mich gekauft. Dann würde ich in dem Moment sagen, vielen Dank, ich liebe diesen Weißwein. Das ist der beste Weißwein, den ich hier getrunken habe. Also ich lüge sehr oft, um dass Menschen sich in sozialen Situationen besser fühlen. Verstehe ich. Das finde ich irgendwie, aber das ist natürlich eine andere Art von Lügen. Ja, oder manchmal, ich lüge manchmal, weil ich weiß, wenn man jetzt die Wahrheit sagt, es gibt ja auch Leute, die da so eine Genauigkeit haben, die einfach sagen, nee, das Geschenk gefällt mir gar nicht. Das gibt es ja auch und das ist ja auch eine Möglichkeit, wenn man dann die Wahrheit sagt und dann kann derjenige das umtauschen und hat was gelernt. Das könnte ich niemals, ich würde immer so tun, als wäre ein Geschenk zum Beispiel ganz, ganz toll und würde mich wahnsinnig freuen. Elena, wie geil, dass du das sagst. Ich habe ein Komplex, alle meine Freunde wissen das. Ich kann Geschenke nur alleine auspacken, weil ich so schlecht lügen kann. Und dann das enttäuschte Gesicht. Oh, na toll. Weil es mir so peinlich ist, dass ich den Leuten, weil ich kann da nicht und ich bin genau wie du, ich würde nie sagen, dass mir etwas nicht gefällt. Und alle meine Freunde wissen, okay, Lauri packt das eh erst aus später, wenn sie allein zu Hause ist, weil ich mich so beobachtet fühle. Und dann denke ich, ah, jetzt muss ich, und selbst wenn ich mich wirklich freue, denke ich, ah, jetzt muss ich aber Freude darstellen. Und jetzt sehen die aber, dass ich mich gar nicht, also das ist für mich richtig ein Riesenthema, dieses Geschenk-Ding. Aber natürlich lügt man auch oft, um Menschen nicht zu verletzen. Es gibt auch diese Radical Honesty oder so, dass man nur die Wahrheit, ja, und das ist natürlich auch mega egoistisch. Also wenn man nur, hey, du bist so hässlich, dass man ins Gesicht nur die Wahrheit sagen kann, das ist, natürlich ist man. Ich sag doch nur die Wahrheit, dass die Wahrheit als höchstes Gut über alles gestellt wird, das ist ein totaler Quatsch. Natürlich nicht. Das ist so vermessen, das regt mich richtig auf, auch in Beziehungen und wenn immer in Rat gehen. Das ist doch scheinheilig so auch. Wahrheit ist das Wichtigste. Nein, mit der Wahrheit, ich möchte, ich möchte mich ehrlich gesagt auch manchmal selbst belügen. Also ich möchte mir auch selbst manchmal erzählen, dass irgendwas richtig toll war oder dass ich, man will auch von manchen Dingen wegsehen. Und ich glaube auch gerade in der Liebe ist in gewissen Dingen wegsehen zu können eine wahnsinnig großartige Fähigkeit und nicht immer nach diesem Wahrheit an oder nicht. Klar, aber zum Beispiel dieses Beispiel vom Wein oder so oder Geschenk, fällt dir das leicht, das zu lügen? Also mir nicht. Ich frage mich wirklich, wo ist deine Schauspiel? Ich merke, ich werde dann so, ich bin... Nee, ich denke in dem Moment stelle ich dann tatsächlich, dann macht es mir quasi, dann habe ich mehr Angst, dass der andere enttäuscht ist und deswegen mache ich das dann, weil ich das nicht aushalten könnte, wenn derjenige enttäuscht ist und das dann irgendwie unangenehm ist. Das kann ich nicht aushalten. Aber witzig, Elena, bei dir hätte ich das gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, du bist so total straight und dir ist nichts unangenehm. Also da sieht man mal, wie die... Das ist nur eine Lüge alles, das ist nur eine Lüge. Nein, ich bin schon auch straight und es könnte jetzt auch sein, wenn ich jetzt, das ist bei dem Weinzüge, das ist ja so, oh mein Gott, das schmeckt ja ekelhaft. Das könnte mir auch passieren natürlich, dass ich es dann aber so übertreibe und es dann irgendwie lustig ist. Klar, aber ich finde tatsächlich im Alltag und gerade mit fremden Menschen, da finde ich zu lügen vollkommen in Ordnung. Also so. Ich auch. Es sorgt halt für ein gesundes und auch manchmal liebevolleres menschliches Zusammensein. Aber man sollte nicht immer nur aus Feigheit lügen. Also ich merke schon, ich bin auch so ein Drücke. Also ich bin auch so feige, so unangenehme Anrufe oder wenn ich jemandem absagen muss sozusagen oder wenn irgendwas nicht klappt, dann drücke ich mich so davor. Also könnt ihr das gut, so Menschen eine schlechte Nachricht überbringen? Ja, ja schon, aber ich irgendwie, ich kann das auch, das ist auch schlecht. Also ich kann mich sehr schlecht abgrenzen von Sachen. Ich finde es irgendwie schön, dass Menschen das machen können. Ich will das, das ist der Impuls immer, dass ich sage, okay, ich gehe davon weg, aber ich mache das trotzdem dann. Dich in irgendwas reintalken lassen und dann nicht absagen und nicht Nein sagen. Ja, ja. Aber das finde ich, ich habe da gerade drüber geredet, weil ich, ich habe gerade so einen Job, wo ich irgendwie raus will. Erzähl doch mal, welcher genau. Ja, auf keinen Fall. Wir helfen dir jetzt. Mit diesem Podcast kommst du da raus. Jetzt ist es öffentlich. Aber es ist tatsächlich so, ich bin halt super verbindlich und wenn ich einmal Ja sage und es ist wirklich so, ich hasse mein Leben, dass ich das jetzt zu Ende machen muss. Es ist so schlimm. Oh Gott, aber ich muss da durch. Ich hasse mich auch dafür, wenn ich so sage und ich weiß schon, während ich zusage, weiß ich schon, ich werde da keinen Bock drauf haben. Aber man denkt so, ach, das ist in vier Monaten, da sage ich jetzt mal zu. Und man, je mehr, kennt ihr das, je näher dieser Zeitpunkt dann rückt und man kriegt immer weniger Bock drauf und man denkt so, warum habe ich mich da verpflichtet? Ich hasse mich. Das ist auch sowieso eine interessante Frage, wann sagt man, ob man Nein sagen kann? Also das lerne ich auch, Nein zu sagen, zu können und auch zu akzeptieren. Genau, dass Leute das auch gut oder böse. Gar nicht schlimm finden. Also es ist ja auch ganz oft so, dass man sich selber so wichtig nimmt und Leute das gar nicht so schlimm finden. Überhaupt nicht. Was so Partys und wo ich mal denke, es ist scheißegal, ob ich zu der Party gehe. Oder was ich am geilsten finde, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber wenn man so auf einer Party war und man wacht morgens auf und denkt so, oh mein Gott, habe ich mich daneben benommen. Wo man inzwischen weiß, jeder denkt das nur über sich, weil jeder nur über sich nachdenkt und keiner denkt über dich nach. Mir hat mal meine Therapeutin gesagt, nehmen Sie sich im Negativen nicht so wichtig, weil das ist ja auch eine Form von Narzissmus. Also zu denken, alle lästern über mich, alle reden über mich. Nein, die Leute reden über ihren eigenen Scheiß. Du bist gar nicht so interessant, als dass alle dich hassen. Weißt du? Ja. Habt ihr denn, wenn wir nochmal zu den sieben Todsünden bekommen, welche der sieben Todsünden begeht ihr am meisten? Also Hochmut, Neid, Zorn, Trägheit, Habgier, Völlerei, Wollust? Äh, Zorn, würde ich sagen. Also so, was auch für mich selber am schlimmsten ist. Ja, Zorn bei mir auch. Also ich bin wirklich... Bei mir natürlich Wollust. Und Völlerei aber auch, so im Sinne von... Völlerei auch. Mehr ist mehr von allem, so. Bei mir ist wirklich Zorn, das ist wirklich ein Problem. Also meine Eltern waren auch so zornig. Ich merke plötzlich, es war gerade mein Vater, es war gerade meine Mutter. Ja, oh Gott, ich kenne es so gut, ja. Es ist so krass. Und ich so, ich beobachte mich dann so von diesem, das ist wirklich auch die gleiche, die gleichen Körper, so alles ausdrücken und so. Es ist so krass. So krass, so krass. Ich auch, mein Vater war so jezornig und auch so grundaggressiv. Also wenn ich keinen Sport mache, bin ich wirklich unerträglich, weil ich so eine... Aber man schiebt das ja dann auch gern auf die Eltern. Also bei mir ist es auch fast so eine verklärte Liebe, dass ich dann, weil ich meinen Vater auch so vergöttert habe, dann denke ich so, ja, so bin ich halt, ich bin halt eine Karasek, das ist von meinem Vater. Also das ist dann schon fast so, dass es für mich okay ist, dass ich zornig bin, weil so war er ja auch und ich habe ihn ja trotzdem geliebt. Es ist ja auch, Wut ist ja auch ein Antrieb und Wut ist ja auch gerade, was so Abgrenzung angeht, ist ja Wut jetzt auch gar nicht per se was Schlechtes. Also wenn man eine Wut in sich hat, das ist gerade bei Frauen tatsächlich was, was einem auch Power gibt. Weil ganz viele Frauen sind nie wütend, sondern immer ängstlich oder traurig oder beleidigt. Deswegen ist Wut auch nicht nur schlecht, also wenn Wut das gleiche wie Zorn jetzt ist. Ja, Wut ist mega gut. Seid ihr manchmal wirklich gewaltig, also körperlich? Nein. Na, ich bin halt, das ist halt, ich finde, wenn man so richtig wütend wird, dann wird das ja so ein bisschen autoaggressiv. Ich kriege dann wahnsinnig krasse Rückenverspannung und Kopfschmerzen und habe solche Kiefer manchmal so. Also ich habe das schon, und ich habe auch, ich habe tatsächlich auch mal einen Mann alle Knöpfe von einer Jacke abgeschlagen. War ich auch nicht ganz nüchtern. Geschlagen? Nicht mal gerissen? Nee. Dann habe ich gesagt, sei froh, dass ich dir die ins Gesicht haue. Dann habe ich den ganzen so, zum Trenchcoat die ganzen Knöpfe abgehauen. Besser Knöpfe als zehn. Hast du sie dann wenigstens mit aufgesammelt? Nein. Habt ihr manchmal ein schlechtes Gewissen? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Den ganzen Tag. Ich habe den ganzen Tag schlechtes Gewissen. Jeff ist gerade in sich zusammen gesagt. Nein, ich bin wirklich voller Schuld. Nein, wirklich, immer. Über alles. Und das ist auch, glaube ich, ungesund. Also schlechtes Gewissen habe ich über die Vergangenheit, über die Zukunft, über die Gegenwart. Also wirklich, ich habe das Gefühl immer, ich bin voller, voller, voller schlechtes, schlechtem Gewissen. So, ja. Und das ist etwas, das ich wirklich vielleicht in Therapie machen muss. Vielleicht können wir das heute hier klagen. Ja. Aber ich wollte über körperliche Sachen reden. Ich habe mir wirklich geschworen als Kind schon, dass ich nie körperlich sein werde. Und ich habe jetzt, ich kann nicht sagen, wo, weil es ist da, aber ich habe irgendwie, ich musste dann jemanden schlagen in eine Serie. Und es ist natürlich alles gespielt. Und trotzdem ist viel mir sehr, sehr, sehr schwer. Das ist, vor allem, wenn man machtlos ist, also zu schlagen, also finde ich. Wut, ja. Also laut werden, ja. Es ist auch eine Art von Gewalt, ne. Aber körperliche Gewalt, das, 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 ich, ich, das werde nie, das werde ich nie machen. Nie. Also jemand, also gewalttätig gegen jemanden, der nicht, der nicht, der nicht, der untergeordnet ist, ja, der unterlegen ist. Das finde ich, wenn man über Böse und Abgrund redet, das finde ich wirklich das Allerschlimmste. Und das gibt es. Das ist richtig böse. Das gibt es, das gibt es. Und das, das ist sehr schlimm. Das ist wirklich das Allerschlimmste. Naja, es ist ja auch gerade heutzutage in Corona-Zeiten so, dass man sagt, häusliche Gewalt nimmt total zu. Und Kinder, also es ist natürlich auch schwierig, das im Moment zu überprüfen. Und das ist irgendwie besonders schlimm, dass man da auch helfen muss, was die Frauenhäuser angeht und so. Es ist aber so, um euch mal einen Fakt zu sagen, weil Jeff ja an der Wahrheit interessiert ist. Die Männer sind die Bösen statistisch gesehen. Surprise. Bei der Kriminalität ist das Verhältnis von Männern zu Frauen 8 zu 2, bei Morden 10 zu 1. Könntet ihr unter Umständen töten oder stehlen? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe aber nochmal ganz kurz eine Frage, weil wir reden und dieser, das ganze, das Thema ist ja das Böse. Und wir reden hier aber, finde ich, auch ganz viel über Sachen, die ich überhaupt nicht als das Böse bezeichnen würde. Weil ich finde, da kann man sich auch einmal ganz kurz darüber unterhalten, was ist denn das Böse? Weil ich finde zum Beispiel, wenn jemand jetzt ein Verbrecher ist oder mordet, muss das zum Beispiel jetzt nicht per se jemand Böses, also ich finde, das ist immer so ein bisschen die Intention, was ist dahinter? Oder was ist denn eigentlich Böse? Ist ja auch die Frage. Naja, aber das Böse, ja genau, ich finde, ich finde das Böse und das ist, du musst nicht Intentionen, also ich finde zum Beispiel Gewalt an Leute, die schwächer sind. Das finde ich zum Beispiel Böse. Und das ist, ja, weil das ist ein Kontext. Gewalt an jemandem, der nicht schwächer ist und das ist dann eben, das ist nicht unbedingt böse. Ich glaube, bei Böse geht es immer so ein bisschen, das, was du auch gerade sagtest, Elena, um diese, das dahinterstehende, was ja auch im Strafrecht immer eine Rolle spielt, halt das Motiv. Also warum tut jemand etwas und wenn die Motive verwerflich sind und wenn die Symmetrie nicht da ist oder also wenn das Gleichgewicht, wenn einer hinterhältig ist oder stärker ist oder heimtückisch ist oder eine Lage eines anderen ausnutzt, ich glaube, dann sind wir im Bereich des Bösen. Ich habe mal eine ganz tolle Geschichte, eine Beispielgeschichte, die ich gehört habe und dachte so, oh Gott, das ist ekelhaft böse. Und zwar hat irgendwann an Weihnachten vor ein paar Jahren wurde im Hyatt Hotel in Frankfurt am Main, was so ein riesiger grauer Horrorklotz ist, hat eine koreanische Familie eine Oma, Mutter, wie auch immer, dort zu Tode gefoltert, weil die dachten, die ist vom Teufel besessen. Das heißt, die haben Exorzismus bei der betrieben, das ist so krank. Und was ist dann der Absicht? Genau, aber die Absicht ist die Gute gewesen. Das meinte ich und das meinte ich. Das finde ich interessant, ist es dann böse oder denkt man so, ey, die haben es doch nur gut gemacht, die lieben ihre Mutter, der scheiß Teufel soll aus ihr raus. Und deswegen, das Böse ist in uns, weil wir manchmal auch das nicht mal wissen können. Also, Böse steht, finde ich, für sich. Ich finde auch zum Beispiel solche böse Rollen, also, wenn man die nur böse, böse spielt, ist das nicht mehr gefährlich, weil es so böse ist. Ja, es ist langweilig dann. Es ist langweilig und wenn es so aufgeklärt, man merkt, er macht das und er versteht, was er macht, die Figur und ganz bewusst macht er sowas. Das, finde ich, wiederum kann auch sein, es gibt auch das ultimative Böse bestimmt, aber was, finde ich, vielmehr ist, ist, dass man das nicht ganz versteht, was man tut. Und das ist auch böse so und das, finde ich, auch wichtig zu benennen. Klar ist es wichtig, die Intention dahinter zu checken. Aber eine böse Tat bleibt eine böse Tat, egal wie sie gemeint ist. Genau, und man muss das benennen. Und ich finde auch, die Menschen, die Augen zudrücken, ist auch mit Täter sozusagen. Spielst du denn selber lieber einen Bösewicht als einen Helden, Jeff? Es fällt mir leichter, merke ich. Es fällt mir leichter. Ich bin privat, glaube ich, anders als die Rollen, die mir dann leichter fallen zu spielen, wie Meusche, Bayern-Orthodox. Aber ich merke schon dann so abgründige, gefährliche, lustige, gefährliche, unerwartet. Und das, sofort habe ich dann Spaß und sofort habe ich dann... Das sind ja auch die meisten Menschen. Also die meisten Menschen sind ja auch alles. Total. Niemand ist nur gut und nur böse. Wir sind auch im Kontext. Wir sind auch Menschen im Kontext. Es ödet einen doch auch an, auch in Büchern, in Literatur, also in Filmen, in Serien. Man möchte nicht, deswegen geht einem das ja manchmal so auf den Keks, wenn das so dieses klassische Hollywood der Gute und der Böse und diese Schwarz-Weiß-Mahnerei, Das sind die interessantesten Menschen, auch widersprüchlich. Also die interessantesten Menschen sind widersprüchlich. Jeder Mensch ist ein widersprüchliches Wesen und jeder Mensch hat, glaube ich, so eine böse... Ich habe definitiv eine böse Seite und ihr auch. Das hört man ja. Ja, das finde ich auch. Vielen Dank, wie nett von euch. Elena, du bist ja nun auch jemand, also du kannst ja gut lästern zumindest. Mein Beruf. Ja, über welchen Promi hast du am meisten und am liebsten gelästert? Es gibt ja so Leute, also auch, ich bin eigentlich, normalerweise liebe ich die ja alle sehr doll. Ich habe so einen Podcast, Jeff, dass du das verstehst, der heißt Niemand muss ein Promi sein, wo ich über Prominente rede. Und es gibt aber so Leute, die kann ich einfach auf den Tod nicht ab. Zum Beispiel Katy Perry und ich weiß überhaupt nicht, warum. Und die regt mich wahnsinnig auf und ich finde die ganz, 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 ganz schrecklich. Ich kann ihr nicht sagen, warum. So zum Beispiel. Ein bisschen verstehe ich es bei Katy Perry, komischerweise. Die ist irgendwie so toll, doof und macht immer alles richtig und ist so witzig. Ja, die hat nichts Böses. Ja, die hat nichts Böses, wahrscheinlich ist es so ein bisschen was Dümmliches. Die ist zu glatt. Gibt es noch jemanden, gibt es einen deutschen Promi, den du richtig... Der mich richtig doll aufregt? Naja, es gibt natürlich so jemanden wie den Wendler oder so, oder so Menschen, die man einfach nicht fassen kann. Und man denkt, was sind das für schreckliche Personen, was machen die im Fernsehen? Und Sebastian Jotter oder solche Menschen, wo man denkt, bitte geh einfach weg, sei einfach nicht im Fernsehen. Deswegen rede ich tatsächlich auch nicht so gerne über die, weil ich einfach denen überhaupt nicht diese Größe geben will. Ja, es benehmen sich ja Leute auch immer regelmäßig daneben und über die redet man dann einfach gerne. Ist Lästern denn böse? Findet ihr Lästern böse? Nein, es ist urmenschlich. Ich habe mal gelesen, dass es gesund ist zu lästern. Das ist irgendwie was Geselliges und eigentlich sind wir so gebaut zu lästern. Ja, wollte ich nur mal sagen. Ja, ich glaube auch, es nimmt quasi auch dann, wenn du das... Es ist Merkmal, ich läster zum Beispiel tatsächlich ganz doll über Freunde mit anderen Freunden. Also gerade Leute, die ich richtig doll liebe, so meine engsten Freunde. Da habe ich manchmal das Bedürfnis mit einem anderen engen Freund, der die Person auch kennt und liebt, zu sagen so, oh Gott, jetzt macht sie wieder das und das. Und das ganz schrecklich finden. Das ist eigentlich ein Liebesbeweis dann. Ja, und dann kann ich damit auch umgehen. Total, weil er wichtig genug ist. Ja. Also man lästert ja auch nur oder man achtet nur auf die Details bei Leuten, die einem irgendwie was bedeuten. Und dann muss man es der Person auch nicht sagen, weil manchmal sind da so Charaktersagen, wo man sagt, der Zug ist abgefahren. Das wird nach 30 Jahren jetzt auch nicht mehr besser. Die wird sich eh nicht ändern. Nee, und dann kann man damit besser umgehen. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn Leute über mich lässer oder schlecht reden. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man über mich dann jemand reden würde. Aber was ich vielleicht, ich glaube, wünschen würde, ist wenn es wirklich, also nicht etwas, was man nicht ändern kann, aber wenn etwas wirklich dann im Raum ist, irgendwas spürst du, aber du bist der Einzige, der das dann nicht weiß. Ja, das ist blöd, ja. Das finde ich schon schade. Also ich würde schon wünschen, dass man mir das dann sagt. Aber so einfach, dass man sagt, ach, der Jeff ist so nervig oder so, das habe ich kein Problem damit. Nee, ist man ja auch. Ja. Also das ist bei mir so wie Jeff bei dir mit diesem, wenn Leute denken, dass du dumm bist, das ist bei mir so ein Trigger. Dass wenn Leute sich so moralisch über mich, wenn sie mich belehren wollen, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Feminismus-Spring, dass ich so denke, Alter, ich weiß es selber so, du bist doch Anwältin, wieso ziehst du dich denn so krimitiv an? Du bist doch Mutter. Wieso trinkst du Alkohol? Also das ist bei mir, da explodiere ich, ja, weil das so ein Frag, weil ich das schon so oft gehört habe. Das ist auch Doppelmoral. Das ist auch Doppelmoral. Ich bin so mürbe geworden. Das ist vor allem auch, die Intention ist dahinter nur, dass die Menschen sich selber besser fühlen. Die wollen ja nicht tatsächlich, dass du besseres Leben wirst. Das ist scheinheilig. Das ist scheinheilig und sie fühlen sich dann als bessere Personen. Ja. Ekelhaft. Ja, ekelhaft. Es gibt hier eine schöne Antwort, schön, dass wir da einer Meinung sind. Wäre eine Welt ohne das Böse wünschenswert? Der Psychiater Haller sagt, nein, die Philosophen sehen das Böse als Preis der Freiheit. Es gäbe demnach keine Freiheit, wenn wir uns nicht zwischen Gut und Böse entscheiden könnten. Psychologisch ist das Böse eine Aggression, also eine Vitalkraft. Es ist nur wichtig, dass sie in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Ja. Also eigentlich genau das, was wir gesagt haben. Ja, wir sind halt sehr, sehr schlau. Wir sind so dumm, wie wir ausgehen. Ja, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch, Elena, sag was Böses über Laura. Über dich, Laura? Ja, das steht hier. Oh, was jetzt wirklich dich trifft oder was so ein bisschen lustig ist? Oh Gott, bitte nichts, was mich wirklich trifft. Ich wollte jetzt eigentlich noch einen netten Nachmittag haben. Das ist nur ein Podcast. Oh Gott, jetzt sag ich so was ganz, ganz Schlimmes. Ach man, Laura, wir kennen uns gar nicht so gut. Nein, wir kennen uns ja tatsächlich leider, leider, Gott ist noch nicht so gut. Okay, das stimmt, aber das werden wir nachholen. Nach der Quarantäne komme ich nach Berlin und wir müssen mit mir eintrinken. Ich kann tatsächlich nichts, jetzt wirklich Böses über dich sagen. Jeff, könntest du was Böses über Elena sagen? Hurensohn, wollte ich es einfach so reinschreiben. Hey, ich kann mir was überlegen. Nein, nein, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Komm, bring it on, bitch. Bring it on. Ich hab's versucht. Wir wissen ja jetzt, dass Elena gut lügen kann. Insofern, wenn sie mir jetzt nach dem Podcast eine Nachricht schreibt, das war der tollste Podcast, in dem ich je war. Das ist aber was Interessantes. Wenn man so die freie Wahl hat, plötzlich was Böses zu sagen, will man das gar nicht. Nee. Eben, das ist interessant, gell? Und wenn man das eigentlich nicht, wenn man nicht lügt, plötzlich ist man voller eigentlich böse Gedanken. Aber wenn man das eigentlich nicht... Ja, stimmt. So jetzt auch nicht. Freiwillig, nee. Freiwillig ist langweilig, ne? Ja, keine Frage. Nee, stimmt, man will ja auch verletzen. Man hat keine, ja. Aber das ist doch ein großartiges sozusagen Learning. Sobald man aufgefordert wird, zu verletzen, verliert man das Interesse daran. Das ist aber mit Atem so. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, dass man plötzlich, wenn man die Wahl hat, dann ist es nicht mehr... Also ich finde, man dachte ja immer so früher, wenn man so viele Süßigkeiten essen darf, wie man will, dann isst man nicht mehr so viele Süßigkeiten, wie man will. Aber macht man ja trotzdem. Also ich glaube, dass es total natürlich ist, ist, dass wenn etwas dir weggenommen wird oder scheinbar dann verboten ist oder so, dass es einen unfassbaren Reiz ausübt. Und wenn man vielleicht... Ich habe das nur in so, wenn man so Gespräche hat und alle sind so sehr ernst, so eine Leseprobe oder keine Ahnung, oder so ein Meeting oder ich weiß nicht was, oder ich rede mit jemandem, der sich sehr wichtig nimmt, dann überlege mir, ich überlege mir immer, was... Ich habe Bock, das irgendwie so was ganz Absurdes zu machen. Ja, das verstehe ich. Machst du dann was? Naja, habe ich mal irgendwann mal, aber man versteht das nicht irgendwie. Am Ende, ich lasse es einfach. Das ist irgendwie... Aber es ist in meinem Kopf immer. Automatisch habe ich so eine... Wenn etwas zu heilig wird... Ja, verstehe ich. Ich habe immer so eine... Mit Zwang, dass man aufstehen muss. Aufstehen muss. Ich habe das überall oder beim Yoga oder so, wo es dann so zu... Wo es dann so alles so, was ich auch sehr schön finde, aber dann irgendwann ein Teil in mir dann sagt so, ich will irgendwie dagegen dann... Ja, das verstehe ich. Verstehe ich voll gut. Was für ein schönes Abschluss. Also wir haben gelernt, wir sind alle ein bisschen böse, wir sind alle widersprüchlich und wenn man... Ich werde ab jetzt mir das als Methode aneignen, wenn ich glaube, jemand hat was gegen mich, werde ich sagen, los, sag mal was Böses über mich, weil dann verliert er die Lust daran. Oder? Gut. Ich weiß nicht, mal gucken. Mal gucken, kann doch auch schief gehen. Melde dich. Melde dich noch mal. Ich sag euch Bescheid. Bitte, bitte. Das interessiert mich auch. Ich danke euch total, dass ihr da wart und ich bin wirklich ein Riesenfan. Bleibt gesund, ihr Lieben. Du auch. Ich umarme euch und ich hoffe, wir sehen uns in Real Life und danke. Ihr habt sehr kluge und ehrliche Sachen gesagt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ihr klug seid. Es ist nicht erwartet, ne? Das war Zart am Limit mit Laura Karasek. Bleiben Sie zart und am Limit auch in Corona-Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ı